Sesam öffne dich! So ein Kistchen ist da auch. Aber erstmal gehe ich hier rum. Natürlich muss ja wieder einer. So, ich mache mir die Türchen offen. Warum geht es nicht? Egal. Ah, toll. Jetzt ist eh zu spät. Oh Mann. Ja, auf die Münzen kacke ich mal getrost. Mist. Ich weiß nicht, was das war, aber ich wollte es haben. Zack. Zack. Ach, du lebst ja immer noch. So. Ah, okay. Da ist, äh, ja, der Wasserablauf. Und wir haben das vorliebste Herd. Das letzte ist auf, ja, der Wolkeninsel. Und wenn wir dann auf der Wolkeninsel sind, werden wir dann, ja, unser achtes und somit letztes Herz dazu holen. Ich freue mich schon ein bisschen. So. Schlüssel. So. Da hinten weiß ich nicht, was in der Kiste ist oder wie wir da drankommen. Habe ich jetzt noch auf der Map gesehen. Aber da werden wir gleich auch sowieso noch hinkommen. Ach, guck mal, da steht da noch. Da verstehe ich nicht, warum die Kisten alle zu sind. Heh. Unsere Pfeilabwehrmaschine steht da ehrlich immer noch. Das gibt es doch gar nicht. Das finde ich jetzt echt ein bisschen incredible. Krass. Geil. Ja, okay, äh, so nah, so weit brauchen wir jetzt auch nicht. Kann ich hier runter, damit ich direkt zum Blutstein da hinten kann? Na, natürlich nicht. Ich will dich haben, Blutstein. Ich will dich haben. Gut, jetzt sind wir einmal umsonst gelaufen. Zack. Zack. Boah, das finde ich irgendwie echt cool. Ich weiß noch damals, wo... Ah, je, je, je. Wo wir das gebaut haben. So, zack, zack. Nimm mal Licht mit. Ey, ey. Kann ich, äh, das da vorlegen und... Geil. Ich hab die Falle aufgehalten. Ich hätte auch einfach durchlaufen können, aber... So macht's auch glatt viel mehr Spaß. Ach ja, die guten alte Zeugen. Oh, Piss. So, wo ist denn hier die Kiste? Steht die einfach hier rum? Die müsste theoretisch... Oh. Hey, die haben wir, glaube ich, noch nie geöffnet, oder? Oh, 50 Münzen. Ich glaub, die haben wir noch nie geöffnet. Naja. Brauchen wir ja, wie gesagt, für 100%. Every single percentage. Every single percent counts. So. Beim Blutstein müssen wir, glaube ich, auch hier lang. Dann mach ich das direkt schon mal. Weltreihen Tunnel. Komisch, die Kisten sind offen. Hab ich die anderen nicht geöffnet? Das glaub ich gar nicht. Ich weiß noch ganz genau, wie ich dieses Herzfragment geholt habe. Und diesen einen Blutstein eigentlich auch. Also von daher versteh ich das nicht ganz. Aber naja, dann holen wir den jetzt. Der ist nämlich da hinten. Da im Bäumchen. Böhmchen, Böhmchen. Zack. Den haben wir doch irgendwie schon geholt. Also ich erinnere mich zumindest daran. So. Alle Blutsteine. So. Ja, dann hätten wir die Liste hier auch abgearbeitet. Aber ich geh trotzdem noch mal weiter. In hoffnung, dass ich hier alle Kisten finde. Weil dann muss ich hier nicht mehr rein. Ihr sagt mir ja, wenn ihr da was auf Karte seht, ne? Alles klar. Ich wollte mich gerade schon drücken. Weil ich dachte, ich muss denn... Es geht hier eh nicht mehr weiter. Aber da hab ich mich gedäuscht. Wo komm ich denn bitte runter? Hier? Ja. Haben wir alles schon offen? Hm. Hm. Komisch. Ich jetzt mal hier weiter. Waldschrein außen. Man scheint beim Waldschrein jetzt alle Kisten zu haben. Aber mir fehlt ja auch noch außerhalb des Waldschreins ne Kiste. Na ja. Vielleicht finden wir sie ja. Eventuell. Ich bin mir aber nicht zu... 100% wichtig. Äh, richtig. Äh, äh. Stopp. Das klang falsch. Sicher. Was laber ich für den Mist? Wo hab ich so gute Reflexe? T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Ich muss ihn hier einmal, einmal healen, weil sonst kann ich keine Laserstrahlen abfeuern. Ah, das wollen wir ja nicht, ne? Was ist denn hier hinten? Sag mal, ist da wat? Ne. Mir juckt die ganze Zeit das Naselein. Es möchte niesen, aber ich muss das runterdrücken. Ich kann das nicht zulassen. Das geht doch nicht. So, warte mal, ich gehe mal zum Start, weil irgendwie muss ich da ja drankommen. Also, hier komme ich auf jeden Fall nicht drauf. Scheinbar. Das ist irgendwo da hinten. Warte mal. Zack, zack. Meiner Freund sind hier so viele Mops. Wollt ihr mir XP schenken, oder was? Oder wollt ihr das Ganze jetzt zum Leggen bringen? Zehn Münzen. Ja, scheinbar müssen wir hier rum. Scheinbar doch nicht. Ähm... Oder müssen wir da Bomben benutzen? Das ist auch noch ne... Ja, ja. Stimmt, die suchen wir ja. Sehr schlau von mir. Äh, müssen wir da vielleicht Bomben benutzen? Also, wie ich an die Kiste rankomme, habe ich jetzt nicht ausprobiert. Da ich mir dachte, komm, das, äh... Wirst du dann schon in der Aufnahme austesten. Hä, muss ich vielleicht... Irgendwo... Nee, ich muss durch ne Höhle, scheinbar. Aber... Wie? Eigentlich muss ich auch hier durch, aber wie? Es ist ehrlich sich schwierig. Vielleicht muss ich... Ach, vielleicht muss ich da rein. Achso. Ach, das ist keine Brücke. Ich muss das einfach noch zerstören. Oceanhorn. Hör auf, die Leute so zu verwirren. So. Ja, ey, das muss ich... Das war richtig verwirrend. Da hätte man eigentlich denken können, das ist ne Brücke. Naja, okay. Da machst du wohl nix. Zack, ja klar. Auf einmal kann man da so tief runterspringen. Das ist mir ja ganz neu. Komm schon, du kleiner Käfer. Ein Erfahrungspünktchen. Noch eins. Und zwei. Das habe ich mir gemerkt. Ja, dann gehen wir jetzt mal weg von der Insel. Ich hoffe ja mal, wir haben jetzt alles soweit. Werden wir dann jetzt sehen. Bin ich mir aber nicht ganz so sicher. So. Bitte, 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 bitte. Juhu. Wenn nicht, dann wären wir halt später nochmal hingekommen. Aber müssen wir nicht. Sauber. Ja, wo geht's jetzt hin? Ah, okay. Nächstes großes Projekt. Die Welt landen. 45 Prozent. Ich würde mal sagen, da haben wir noch ganz gut was zu tun. Die sind ja auch schon direkt nebenan quasi. Das ist wie einmal beim dicken Nachbarn vorbeigucken. Alles dasselbe. So. Screenshot elf. Ja, okay. Die ersten paar Blutsteine werden ja auch einfach zu finden sein. Drei brauchen wir insgesamt. Okay, stopp, stopp, stopp. Die werden doch nicht so einfach zu finden sein. Was erzähle ich denn da? Hm. Na, ich laufe einfach mal los. Ich erinnere mich nämlich, dass das da hinten ein bisschen wir war. Er hat wir war gesagt. Los, Tamina, warum lädst du dich beim Laufen nicht auf? So, und das ist auch noch eine Kiste, sehe ich gerade. So, düster Völkchen. Und ich weiß gar nicht, ob wir diese Inselaufgaben da auch erfüllen müssen, aber ich vermute ja schon. So eine Kiste. Zack. Die schnack ich mir nochmal. Uhu, Magic, Magic. Ja, ja, komm, Zahnrad, hin oder her, 50 Münzen. Äh. Ich glaube, wir müssen da hinten hin. Kommen wir aber von hier nicht, deswegen. Nein. Nicht in die Höhle. Da kommen wir nämlich wieder da unten an. Das will ich nicht. Zack. Als ob. Ach, ich wollte schon sagen, ey, für, 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 das wäre ziemlich unfair gewesen, wenn das nicht funktioniert hätte. Da hinten ist, ah, da hinten ist der Erste. Sehe ich ihn schon. Ich, kleiner Hallodri. Warte, hier mal alle Falle, per Fairkampf töte, ey. Das ist ein bisschen, ein bisschen wie Cheating. Nur viel besser. Toll. Ah, komm schon. Mann. Das war total schlecht. Ich hasse es, wenn es da mir alleher ist. Da funktioniert gar nichts. So. So. Zwölf. Ja, die Nummer zwölf ist so ein Blutstein, den... Ja, das ist der, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe. Ich dachte, der ist in T-Karel. Aber da habe ich mich doch von Anfang an gefragt, wie kommst du dran? Warte mal, da ist doch der Letzte auch schon. Da habe ich mich doch immer gefragt, wie kommst du da dran? Hm, ja. Das ist der eine in der Höhle, wo ich dachte, man braucht da einen Teleportationszauber oder so. Keine Ahnung, wie ich da drauf kam. Warte mal, ich versuche mal, nochmal den anderen schnell zu kriegen. Ich glaube, ich muss da was aktiviseln. diese auf damit ich spreche kein japanisch der schlussleiner das war auch ziemlich schlecht aber naja besser als komplett verkackt zu haben auf ganzer linie verkackt es gibt ja nicht, viele herzen gibt es hier gar nicht es gibt nur halbe herzen haben wir das mal spontan aktiviert dann verläuft hier alles ein bisschen schneller ich frage mich nur wie wir die letzten prozente kriegen das ist glaube ich nochmal das schwierigste oder die blutsteine machen es aus das wäre natürlich perfekt dann hätten wir auch schon den letzten großen teil hier erledigt zack es gibt vernahmen die in dieser Richtung sein nicht, ich komme da jetzt deswegen nicht durch war die denn dahinten? ich weiß dass nicht ich vermute aber schon wöööho und jetzt kommt wieder den Weg da hoch Ich glAhf jetzt einfach durch die Stacheln 's mir egal Ich werde mich jetzt eh ein bisschen healen. Kann sein oder haben wir irgendwie dauerhaft Mana? Dann mangelt es uns irgendwie nie. Da steht einfach so ein fetter. Gibt's ja gar nicht. Doch, bei Rola. Ja, ihr wisst gar nicht, wie viel Geld ich jetzt dafür bekommen hab. Ich hab ein Werbesspruch gesagt. Oh mein Gott. Dankeschön. So, ah ja, stimmt. Das war ja mit den Statuen hier. Das weiß ich noch. Okay, das ist noch eine Kiste. Bei Rigor at Home. Dem netten Ovo. Dem wir ja damals geholfen haben. Wo waren die? Ach, stimmt. Die war irgendwo da hinten. Aber wie kam ich da nochmal hin? War es durch die Höhle oder? Ich bin der Meinung, das war durch die Höhle. Ja, komm. Machen wir das erstmal so. Wenn nicht, dann gehen wir halt wieder raus. Aber hier ist, glaube ich, eh ein Blutstein. Der letzte. Oder war der ganz am Ende? Ich weiß es nicht mehr. Ach nee, ich glaube, der war da, wo dieses eine Herzfragment auch war, was wir uns schon geholt haben. Was wir auch nicht mehr brauchen. Zack. Jetzt langsam komme ich wieder in den Oceanhornfluss, damit ich das... Ach, da ist es doch. Aha. Das funktioniert jetzt wieder alles. So langsam. Und wer kommt bitte darauf, dass man das hier machen muss? So, ehrlich. Teleportationszauber hättest du auch gebracht. Warum... Wie kommt man darauf, dass man eine ganz normale Wand zerstören kann, die eigentlich nicht dafür geeignet ist? Und man kriegt das ständig gesagt. Dass es einfach nur so Level-Abgrenzungen sind. Mann, ey. Sorry. Aber he's so, Digga. Okay, ich gehe mal wieder zurück. Weil ich diese Kiste haben möchte. Kiste, Kiste. Ich bin dann, glaube ich... Nein, da kommen wir nicht mehr hoch. Nein. Ich glaube nämlich... ...dass wir dann nach dieser Kiste alles hier haben. Bis auf die eine Kiste. Aber die... Äh. Ist, glaube ich, auch ziemlich einfach. Ja, doch, 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 doch. Ich weiß, ich weiß, wie wir die anerkriegen. Aber erst mal... Alter, ich dachte, der wäre tot. Ich wollte ein Auge kratzen. Habe ich nicht richtig auf den Monitor geguckt. So. Dann rein wir nochmal hier. Zack. Haben wir sonst nichts zu tun, ey? Wie viel XP gibt der eigentlich? Sieben. Da habe ich jetzt irgendwie nicht drauf geachtet, so. Danke. Danke. Danke für diese nette Gabe. Jetzt brauche ich die Schuhe wieder. Jump, jump. Aber ich finde das so cool, wenn der da so runterrollt. Ja, komm. CP-de. CP-de, CP-de, CP-de. Zack. Kommt schon der nächste an. Do you wanna fight on me, ma? Ich kann auch mit dem Bogen umgehen. So. Auch wenn du mir das nicht glauben magst. Die Pfeile habe ich zurückbekommen. Toll. So, Rigger. Dann... Äh, äh, ja. Ich wollte sagen, bestatte ich den Besuch. Dann statte ich den Besuch ab. Okay. So, wie war das denn jetzt nochmal? Irgendwie kam man dort hinüber. Achso, stimmt. Einfach drüber hacken. Ah, ja, stimmt. Einfach hacken. Hacken geht immer. So. Den anderen möchte ich mit dem Baum stumpf töten. Äh, mit dem Stamm. Nicht mit dem Stumpf. Achso, warte. Warte, 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 warte. Mist. Tut wohl nichts mehr. Ich habe da aber auch noch Geld drin, ne? Ah, ne, gar nicht. XP? Kann man da sehen, was ich für ein gutes Gedächtnis habe? Na, dafür. Alter, cool. Dafür fast 1000 Münzen. Und hier ist so ein Grab. So richtig secret. Das fand ich voll cool, als ich das gesehen habe. Echt nice eigentlich. Mal ein paar Bomben holen. Ist echt nice. Muss ich sagen. Lalalalalalalalalalalalala. Psch. Musik 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 Musik